jo hallo leute und jetzt geht es mal um dass ich ein projekt gestartet habe um diese sachen schreibt mir unter dieses video fragen oder so dann werde ich sie im nächsten micro destiny video beantworten das problem ist im micro destiny kann ich nicht sehr lange aufnehmen weil ich so wenig speicherung am computer habe ich habe nur einen webtop und dann stelle ich noch eine umfrage in die ein was mit was ich anfangen soll und 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 Und, ähm, was sollte ich noch mal sagen? Also ich glaube, ich bin mir einfach molle gerannt. Was ist denn das für ein Event? War noch das, hab ich, das war glaube ich noch nie. Oh mein Gott. Hm. Tee, ich hab TNT, denn? Ist doch egal. Ich bin gerade aus Freien und ich fahre runter. Super. Gibt's hier eigentlich Kissen? Gib, 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 Gib! Oh, yes, das ist gut, es. Yes, Gib. Oh, noch eine Knifte, ein Eis nicht, ja, auch gut. Ehm... Bord. Noch 100 Bords. Milk. Bord. Ja. Oh, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Bullshit! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab... Das setz ich auf. Das machen wir auch. So. Wenn ihr noch Fragen zu machen, kriegt das nicht. Ja, geht's jetzt aber ab. Wenn ihr noch Fragen zu machen, kriegt das nicht. Dann schreibt sie einfach unten in die Comments. Ja. Ja. Ganz leise. 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 Das ist super. Ja. Spider. Bis zum nächsten Mal.